M1 ist der Tausch von Zeit gegen Geld. Dies hat einen unausweichlichen Haken. Die Sättigung. Ihre Zeit ist begrenzt. Es ist nahezu unvorstellbar, dass so viele Menschen, darunter wirklich helle Köpfe, so stark auf dem Holzweg sind. Selbst sie, die hellsten Köpfe, lassen sich von alten Paradigmen steuern. Sie fragen sich nun vielleicht, wer diese Leute sind? Eigentlich fast alle, die sie kennen. Doktoren, Anwälte, Steuerberater, Piloten, Ingenieure, Architekten und Kellner. Männer wie Frauen. Heute müssen Doktoren sogar mehr Zeit investieren und verdienen weniger Geld. Das ist traurig, aber wahr. Wer diese Strategie befolgt, kann nur durch Kompromisse in nahezu allen Lebensbereichen Geld anhäufen, in welchen Geld eine Rolle spielt. Kompromisse bei der Wahl des Autos, des Hauses, des Urlaubs, der Kleidung. Tatsächlich wirft doch beim Kleidungskauf fast jeder erst einmal einen Blick auf das Preisschild, bevor er oder sie das eigentliche Kleidungsstück betrachtet. Sie bekommen nicht, was sie wollen, sondern das, was sie sich ihrer Meinung nach leisten können. Stellen Sie sich vor, Sie müssten nur eine Entscheidung fällen und schon könnten Sie den ganzen Laden kaufen. Einige wussten es und haben es geschafft. Die meisten Personen, die Strategie M1 befolgen, sehen wirklich keine Lösung für viele ihrer Geldprobleme. Es gibt aber eine Lösung und ich werde sie Ihnen mitteilen. Und Sie brauchen nichts, außer dem Mut, alte Paradigmen abzuschütteln. Werfen wir nun einen Blick auf M2. Diese Strategie ist zwar sehr gut, wird aber nur von einer sehr kleinen Gruppe von Personen, nur 3% unserer Bevölkerung, befolgt. M2 bedeutet Geld zu investieren, um Geld zu verdienen. Es liegt auf der Hand, weshalb nur 3% nach dieser Strategie vorgehen. Die meisten Leute haben kein Geld, das sie investieren könnten. Wer diese Strategie befolgt, sich in dem Feld nicht gut auskennt und keine gute Hilfe erhält, verliert das investierte Geld in der Regel recht bald. Wer mit der Strategie M2 wohlhabend werden will, muss sich ständig auf dem Laufenden halten. Da viele Personen, die über das nötige Geld für Investitionen verfügen, ihre Zeit nicht mit dem Studium der Strategie verbringen möchten, verlassen sie sich häufig auf den Rat von Experten auf diesem Gebiet. Finanzberater sollten mit äußerster Sorgfalt gewählt werden. Dies bringt uns zu der Strategie, über die ich vor vielen Jahren gestolpert bin. M3 Sie wird zwar nur von einem Prozent der Bevölkerung angewendet, doch dieses eine Prozent verdient ungefähr 96% von all dem Geld, das überhaupt verdient wird. Jeder kann diese Strategie befolgen. Das ist das Schöne an ihr. Es braucht nichts als eine Entscheidung. Eine Entscheidung, die Sie genau jetzt unbedingt treffen sollten. Für die Entscheidung ist eine weitere Voraussetzung gefragt, und das ist Mut. Sie werden auf jeden Fall gegen den Strom schwimmen. Sie müssen aufhören, sich darüber Gedanken zu machen, was die anderen denken. Sie müssen sich darauf konzentrieren, was sie denken. M3 bedeutet, mit der Arbeit anderer ihre Zeit zu vervielfältigen, indem sie zahlreiche Einkommensquellen bilden. Dies ist eines der schönsten Konzepte, das Ihnen in Bezug auf das Geldverdienen jemals begegnen wird. Es wird häufig als Leverage oder Hebelwirkung bezeichnet. Die verschiedenen Einkommensquellen nennt man auch MEQs, Multiple Einkommensquellen. Und Sie können so viele MEQs bilden, wie es Ihnen beliebt. So verdientes Geld wird auch als Briefkasten oder Mailbox-Geld bezeichnet. Mit MEQs können Sie rund um die Uhr Geld verdienen, egal, womit Sie sich gerade beschäftigen. Sie könnten in Deutschland schlafen und gleichzeitig in Amerika Geld verdienen oder umgekehrt. Diese Strategie setzten bereits die reichen Babylonier ein. Wer die Strategie M3 befolgt, ist sich genau im Klaren darüber, dass Arbeit die schlechteste Methode zum Geldverdienen ist. Die große Masse wurde nach dem Motto, gearbeiten und verdiene Geld, erzogen und dementsprechend konditioniert. Und wenn Sie sich nie an irgendetwas anderes erinnern, erinnern Sie sich daran. Sie sollten nur arbeiten, wenn es Ihrer persönlichen Erfüllung dient. Um Geld zu verdienen, bieten Sie Dienste an. Hören Sie hier, was Napoleon Hill dazu zu sagen hatte. Wenn Sie glauben, dass allein harte Arbeit und Ehrlichkeit zu Reichtum führen, vergessen Sie diesen Gedanken. Er ist falsch. Große Anhäufungen von Reichtümern sind nie das Ergebnis harter Arbeit. Eine weitere interessante Information desselben Autors. Die Anhäufung großer Reichtümer erfordert Macht. Und Macht erlangt man durch hoch organisiertes und intelligent eingesetztes Spezialwissen. Aber dieses Wissen muss nicht unbedingt im Besitz der Person sein, welche die Reichtümer anhäuft. Ist das nicht interessant, was Sie gerade gehört haben? Ich denke, es wird Zeit, Ihnen die große Frage noch einmal zu stellen. Was würden Sie ändern, wenn Ihr Jahreseinkommen plötzlich zu Ihrem Monatseinkommen würde? Achten Sie bitte wieder auf Ihre Haltung gegenüber dieser Frage. Ich wette, die Frage können Sie schon jetzt besser verinnerlichen. Ihre Gedanken wurden während der letzten Momente von einigen schönen Wahrheiten erfüllt. Und wenn dies geschieht, werden Sie empfänglicher für positive Fragen. Sie sind durchaus in der Lage, Ihr Jahreseinkommen in Ihr Monatseinkommen umzuwandeln. Ich habe es getan. Und ich habe tausende von Freunden, die es ebenfalls getan haben. Nein, das ist nicht übertrieben. Es sind buchstäblich tausende. Ich würde sogar so weit gehen und behaupten, wo auch immer sich meine Freunde in diesem Moment aufhalten mögen, bin ich wahrscheinlich schon gewesen und habe mit den Menschen gearbeitet und Ihnen gezeigt, was ich hier gerade mitteile. Verabschieden Sie sich von Ihrer alten, konditionierten Lebensweise. Das Leben ist kurz und will genossen werden. Und zwar von Ihnen. Die Strategie M3 ist mir vor vielen Jahren begegnet. In der alten Ökonomie waren eine einschlagende Idee und ein bedeutendes Startkapital die Voraussetzungen, um die Strategie M3 anwenden zu können. Dem ist in der neuen Ökonomie nicht so. Und wir leben in der neuen Ökonomie. Die Regeln, mit denen Sie aufgewachsen sind, gelten nicht mehr. Als Kindern wurde uns beigebracht, zur Schule zu gehen, eine gute Ausbildung abzuschließen, eine Arbeitsstelle in einer großen Firma zu bekommen und vorbehaltlos loyal zu sein. Das würde uns Sicherheit bringen. Überall auf der Welt laufen heute Hunderttausende von Personen durch die Straßen, viele davon in einer Art Schockzustand, weil sie diesem Rat Glauben geschenkt und ihn befolgt haben. Nun stehen sie mit ihren Bewerbungsunterlagen in der Hand auf der Straße und suchen Arbeit. Zehn, fünfzehn oder fünfundzwanzig Jahre treue Dienste wurden mit einer kleinen Abfindung und einem Entlassungsschreiben belohnt. Untertitelung des ZDF für funk, 2017